Was ist das Ando und Rideau? Rideau, das als Kommando geht wieder einen Schritt vorwärts in der Liste der Änderungen. Und das ist einfach unersetzlich und wie ich bereits erwähnt habe, man sollte kein Programm mehr Neuling geben, das kein Ando und Rideau kann. So, dann schauen wir mal, wo war ich da? Aha, Displaydings, brauchen wir das noch? Und dann, achso, ich hatte vorhin Terminals geändert, das ist aber nicht das Konsole-Ding. Ja, das Ding, das da läuft nicht auf, wo ist das Konsole, haben wir hier, glaube ich, hingelegt. Ja, größer, größer, größer. Dann nochmal wieder einloggen. Verbindung noch da. Ja, Verbindungsansicht zum Server da. Server da, gut. Okay, weitermachen. Gut. Also, was immer ich tippe. Halli, hallo. Und, achso, auf dem Weg kann ich ja noch, damit ich nicht so viel zu tippen muss, nehme ich gleich noch die Abkürzungen mit. Also, Abkürzungen sind definiert als Worte. Wenn man die beendet hat, dann wird gecheckt, ob das eine Abkürzung ist und wenn ja, dann wird das expandiert. Und mein Lieblingsbeispiel ist ein Wort mit D, D. Noch habe ich das Wort nicht beendet. Erst muss ich einen Buchstaben tippen, dann geht es weiter. Oder ich tippe einen Nichtbuchstaben, dann ist es beendet, dann wird dieser Check gemacht. Achtung, ein Leerzeichen tippen und wir haben die Donau- und Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitzung rettendem Gesetz Zusatzparagraf. Und ich betone, also, wir wissen ja, im Deutschen können wir irgendwas zusammen klatschen und dann gibt es ein neues Wort, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber dieses Wort ist sinnvoll, war sinnvoll und wurde auch publiziert. Also, dieses Ding hier, es gab eine Gesetzesänderung für die Donau- und Dampfschifffahrtsgesellschaft, für deren Kapitäne und ich glaube auch, das stimmt mit den Witwen bezüglich deren Renten und so weiter. Anyways, das war gepublished und jemand hat es auch mal eingescannt und ich habe es auch mal abgefischt, aber das liegt in irgendeinem Backup. Aber ich betone, dieses Ding ist ein richtiges Wort, das Verwendung hatte. Wichtig. So, und alles, was ich tippe, wenn ich auch zwischendurch mal was ändere, zum Beispiel in dieser Zeile werde ich jetzt alles, was irgendwie A, E, I, O, U ist, eine wichtige Sache in Österreich, nicht wahr? Durch ein X überall ersetzen, so, dann sieht das ein bisschen komisch aus und dann tue ich das Highlighting einschalten, ansuche nach dem X nochmal, da sieht man jetzt alles, was rot ist, ist jetzt ein X und dann muss ich natürlich noch was anderes sagen, dann haben wir noch aus dem, ähm, genau, aus dem Register, das, was ich vorhin erwähnt hatte, nochmal rausholen und dann geht das, geht das weiter. Oder, wie auch immer, jedes Ding ist für sich eine Änderung und steht in einer Liste und das U macht ein Undo und ich nehme die letzte Änderung zurück. Bei WI war das das Ende. Ja, das war's. Dann könnte man wieder, noch ein weiteres Undo geht wieder einen Schritt vorwärts, das Toggle zwischen den letzten beiden Stati herum. So, jetzt gehe ich aber mit U weiter. Jede Änderung, die ich hier gemacht habe, geht einen Schritt zurück. Und jetzt unten steht drin, naja, die Änderung, die ich da gemacht habe, war um 22.13 und 17 Sekunden. Wenn ich noch ein U mache, das ist nicht mehr sinnvoll, weil es das ja nicht mehr gibt, dann kriege ich eine Fehlermeldung, die sagt einfach, Already at the oldest change. Naja, und jetzt kann ich mit Ctrl-R ein Redo machen. Ding, zwei, drei, vier. Und wenn ich am Ende bin, dann sagt der Already at the newest change. Und allein das, das ist wichtig, ja. Denn man kann sich immer verhauen. Und ich erinnere daran, Wim hat für jede Taste ein Kommando als Belegung, nur der Backslash ist freigelassen, damit man etwas hat für sich selbst. Genau, na, das ist schon richtig so. Also es gibt immer irgendwie was und es gibt viele Dinge, auch Kommandos, die mit einem G beginnen. G dies, G das, G jenes gibt noch eine ganze Menge Zeugs mehr auf eine Tastatur sozusagen, wo sich das dann nachher aufsplittet, was es nachher wirklich ist. Und ich mache das mal ganz kurz so mit diesem Undo. Ja, da kann ich jetzt diese Zeile nehmen und sagen, naja, G, Fragezeichen. Na, was haben wir da? Vermutung? Rot 13. Rot 13, genau. Zeilverbet, halb rund drehen. So, früher war das so, an dieser Stelle habe ich jetzt eine Änderung gemacht auf dem Weg rückwärts und wenn ich vorwärts gehen will, ist jetzt nicht mehr klar. Ist das mit dem Rot 13 das Letzte, das, was gewinnt? Naja, genau, kann man sehen. Oder kann man auch noch da anders verzweigen, wie man vorher hatte. Ich mache es nicht vor, weil ich es auch nicht so sehr gut in den Fingern habe, aber ja, es gibt dort eine Verzweigung. Das ist das sogenannte Undo Tree. Also, man kann vorwärts gehen und dann geht man wieder rückwärts und dann biegt man anders ab und dann geht man wieder zurück und dann geht man woanders hin. Und dieser ganze Tree, den kann man mit geeigneten Befehlen lang gehen. Aber ich habe es nicht in den Fingern, ich mache das fast nie. Und, aber es ist da. Aber es ist natürlich schade, egal was man vorwärts, rückwärts macht, wenn Wim sich beendet, ist es weg. Nicht weg! So, also man kann das, das wird mit abgespeichert, glaube ich, ein Swap-File und so weiter, man kann das aufnehmen. Aber es gibt nicht nur diesen, man kann das wieder aufnehmen, sondern es wird auch abgespeichert und ist aufnehmbar. Und das ist dann das Persistent Undo-Reado-Dingens. Also, man kann das immer noch machen, wenn man eine Datei nachher beim Editieren wieder später aufnimmt, dass man sagen kann, oh, da war ich ja, naja, das gefällt mir nicht. Ich muss mal wieder zurückgehen. Ando, Ando, Ando. Auch über das Speichern zwischendurch hinaus, zurück und wieder vorwärts. Ich habe es definitiv nicht in den Fingern. Aber es gibt es. Es ist super. Also, das ist, nicht jeder braucht es jeden Tag, aber man kann sich das angewöhnen, damit auch zu arbeiten. Also, das ist schon eine geile Sache. Ando-Reado, wichtig. Also, merken U wie Ando, Ctrl-R wie Reado. Und natürlich auch bei den ganzen Sachen, wenn man viele, viele Änderungen macht, auch da geht wieder das Prinzip des Number Prefix. Also, wenn man irgendwelche Ziffern tippt, gibt es eine Zahl und das Kommando, was dahinter steht, wird normalerweise entsprechend oft wiederholt. Standard-Beispiel immer DD für aktuelle Zeilen löschen, mit 123 davor, 123, 123 Zeilen löschen. So, ein anderes Beispiel, wo es ein bisschen anders verwendet wird. 42, immer gut. Ein großes G. GoTo, spring in eine Zeile mit dieser Zeilennummer. Ja, könnte man auch erhalten durch Doppelpunkt 42 und Enter, aber das Enter muss man beim Tipp mir auch mitzählen. Das sind vier Zeichen. 42 Käse nur drei. Immer was Spahn. So, es gibt noch ein paar andere Sachen. Es gibt es, genau, dann gibt es natürlich 1 G springen in die erste Zeile. Und, naja, irgendwie hat im Laufe der ganzen Zeit, haben wir das auch mit eingebaut, dass Klein-GG dasselbe macht. Ja, also G von wegen, das ist eins von diesen Dingern und Klein-G, naja, es ist so das Gegenteil von dem Groß-G. Also, spring in die erste Zeile. Und, ja, wenn man in die letzte Zeile will, also hier sehe ich ja, das ist die Zeile 16. Und dann sage ich 1, 6, GoTo. Und dann bin ich in der Zeile 16. Aber, wenn man das gerade nicht sieht, wie lang das gerade ist, habt ihr aufgepasst? Was ist die letzte Zeile? Gut, das hat funktioniert, ja. Das wird schneller sein als das Auge. Also, wenn man groß geht, gibt... Und das ist die Zeilnummer sehr schlecht, ich lesevertretend. Und das ist die Zeilnummer... Oh ja, oh, Entschuldigung, ja, genau. Also, hier ist ganz gut zu sehen eigentlich. Könnte natürlich mal die Farbe ändern. Ja, aber letztendlich, also der Groß-G-Befehl und man gibt keine Nummer davor, hat als Default die letzte Zeile zu sein. Also, Groß-G, Shift-G. Siehe da, ich bin in Zeile 26. Kommt danach noch eine Zeile? Könnte ja sein. Ich drücke das mal. Magic. Es landet in der Mitte der Zeile. Die aktuelle Zeile ist in der Mitte des Bildschirms. Ja, und danach sehen wir, immer noch sehr schlecht, die blauen Tilgen. Die andeuten The Void, das Nichts. Da ist nichts mehr. Also, nach Zeile 26 kommt tatsächlich nichts mehr. Und wie habe ich dieses Ding in die Mitte bekommen? Vielen Dank für diese Frage. Ich habe ZZ gedrückt. Das Zentrieren. Klein. Klein. Ja, ja. Wenn ich nicht sage groß, dann ist es klein. Das ist... Das muss man, ja, solche Defaults muss man auch mal erwähnen. Genau. Aber es kann ja sein, dass das Ding mal ganz oben sehen will, diese Zeile. Und dann mache ich ZT. Das ist nicht zentrieren wirklich, aber ich merke mir das so als zum Top. Ja. ZT. Zum Zentrum und zum Top. Genau. Zum Zentrum. Und ratet mal, wie ich das nach unten bekomme. Du kennst das. Du hast geschummelt. Ja, zum Boden ist nicht schlecht. Genau. Ich sage zum Bottom. Zum Bottom. Ja. Da. Ich sage, ich finde sie deswegen Bottom, weil hier rechts unten Bot angezeigt wird. Also wir sehen den Bottom, also die letzte Zeile. Und wenn wir ganz oben sind, dann heißt es Top. Ja, wird hier angezeigt. Die, also Top erste Zeile ist zu sehen. Und wenn ich jetzt mal mit Undo hier mal zurückgehe, und man sieht ja nicht alles, aber jetzt sieht man alles. Die erste und letzte Zeile, dann steht hier rechts unten All. Ja? Ja? Ist so. Ja, ist so. Ist wichtig. Ja. Ich finde es ganz nett. Also ich finde das ganz gut so zum Anzeigen, wenn man schon seine Netzstatuszahl hat. Kennen wir übrigens auch, ja, Les hat einiges übernommen. Ich bezeichne ja Les nicht nur als Pager, als das Programm ist wie ein Editor ohne das Ändern. Aber das Herumspringen und all die ganzen Befehle, die es da gibt, also sind eigentlich wie ein. Ja. Da kann man, also da gibt es auch noch eine Menge drüber zu erzählen, über Les. Ja, war aber gar nicht gefragt. Ando und Rido, das sind also die ganzen Sachen. Ando kann ich also zurückgehen. Ich kann aber auch sagen, ich drücke mal nur eine Ziffer und ich nehme die mit dem höchsten Wert 9. Und dann mache ich Ctrl-R und dann bin ich 9 Dinge nach vorne gegangen. Und das ist eigentlich alles wieder da. In diesem Falle, weil ich nicht so viele Änderungen gemacht habe, ja. Aber, huch, Anruf. Ich finde mal kurz, ich weiß nicht, ob das die Aufnahme irgendwie beeinträchtigt. Aber an dieser Stelle mal kurz gucken. Da muss ich leider wegdrücken. Tut mir leid, Mera. Vielleicht nochmal ein Moment. Achso, na, die wollte herkommen. Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Ja, ganz kurz. Ganz kurz, ganz kurz. Ja, weil das geht. Jawohl. So. Ich sage nochmal ganz kurz das Ando, Rido. Also das nimmt das Nummerpräfix natürlich auch mit auf, dass wir das öfter, dass wir in einem Schlag öfter zurückgehen und wieder vorgehen können. Und das verwende ich auch immer dann wieder, wenn ich eine E-Mail schreibe und habe schon was gelöscht. Und, naja, natürlich kann ich in diesem Register nachschauen, 0 bis 1, 0 bis 9, ob das noch da mit drin hängt. Aber wenn das nicht mehr mit drin hängt, naja, dann habe ich es halt gelöscht schon zu weit her. Und dann gehe ich mit Ando, 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 Ando halt zurück, mache auch mal einen größeren Sprung. Wenn der Text wieder da ist, kopiere ich ihn, dann ist er wieder in einem Register. Und dann gehe ich einfach mit 999 Rido nach vorne, ganz an den Anschlag. Und dann kann ich das, was ich da kopiert und mir gerettet habe, wieder einfügen. Also ganz simpel eigentlich, ja. Und genau, es gibt so ein paar Dinge beim Bearbeiten von E-Mails, die ich immer wieder verwende. Auch da will ich nicht allzu viel tippen, natürlich. Jetzt gehe ich mal in die Inbox. Ich frage mich hier. Ups, vibriert. Kurz, schauen wir mal. Oder irgendwas von... Also ich suche noch eine E-Mail, die ich jetzt irgendwie beantworten kann. Aber ich habe natürlich nichts vorbereitet, so ungefähr. Ich weiß nicht. Wie fühlt man im Fernsehen? Na, ja genau, das sollte ich mal machen. Ich glaube, ich hatte das auch mal. Also Message-Editing war mal so ein Workshop-Ding in Graz. Aber bis ich das jetzt raussuche, weiß nicht. Ich gehe jetzt einfach mal auf eine Liste. Mal schauen, was es da Neues gibt. Genau, also OpenLab ist Hackerspace in Augsburg. Und dann habe ich so meinen Tick-Tick. Und dann sage ich, ich möchte nur neue Mails, die weniger als zwei Wochen alt sind. Und dann sehe ich davon jetzt also nur 34 von so und so viel. Mal schauen, was gibt es da. Bitte mal abschließen. Da ist nichts drin. Getränkepreise, OpenLab. Reminder. Ja, warum nicht? Wurscht. Mal darauf antworten. Also erst einmal nehme ich das hier oben mal raus, damit ich nicht aus Versehen da auf die Liste antworte. Reste der Zeile löschen, großes D. Wenn ich dem Mann jetzt direkt antworten will, Profpatsch, dann würde ich sagen, hallo Profpatsch. Und meine erste Zeile, die Attribution-Line, die zeigt, wer hat was geschrieben. Die beginnt mit einem Sternchen und endet mit einem Doppelpunkt. Und darauf reagiert jetzt ein Simulator-Dingens, was ich dort mache, um hallo Name hinzuschreiben. Und das muss ich nicht viel eingeben. Dann steht das da. Weil diese Zeile, ich gehe davon aus, das erste Wort ist der Vorname. Dann sieht man am Ende der Zeile, hier ist so ein blauer Punkt und da auch, dass es... Ja, also dieser blaue Punkt heißt, ich bin ein Leerzeichen am Ende der Zeile und die will ich immer weghauen. Und damit ich dann nicht so viel tippen muss, dann habe ich eine Funktionstaste für ewige Zeiten dafür hergegeben, dass die Substitutionen in allen Zeilen alles Leerzeichen am Ende wegwerfen und dann sind die weg. Dann haben wir hier, ja, man sieht das ein bisschen jetzt schlecht vielleicht, das ist eine Signature von ihm hier. Und das Schöne ist ja, wir haben Kommando-Kombinationen. Also ihr kennt sicherlich DW für Wortlöschen, ja, aber wenn ich sage D und großes G, was macht das? Es löscht den Text von dort, wo ich beginne, bis dorthin, wo ich hinspringe. Und großes G, haben wir gerade nochmal gesehen, springt in die letzte Zeile. Also D, großes G und der Rest von dem ganzen Zeug ist weg. Ja, wir sehen auch an den blauen Tilden wieder, dahinter ist nichts. So, für den Fall, dass das jetzt hier nicht so wunderschön, also wäre das nicht schon eigentlich relativ gut zusammen gelingt, könnte ich diesen Text, wenn er mir nicht gefällt, in der Breite auch ein bisschen ändern. Ich nehme es mal so ein bisschen heraus, damit wir sehen, das ist jetzt ein Absatz. Dann brauche ich nicht viel markieren, zu markieren und ich gehe einfach, mache das Ganze kleiner. So wird der ganze Text kleiner und so wird er wieder größer. Nein. So, und wir haben noch eins gesehen, der Text bleibt blau, das heißt, er ist zitiert. Und diese ganze Zitatsgeschichte wird beibehalten, als Präfix. Ich könnte auch noch einmal weiter mehr zitieren, dann kriegt es eine andere Farbe, weil es jetzt doppelt zitiert ist. Und genauso natürlich, wenn ich es größer mache. So, jetzt sind es nur noch drei Zeilen, aber es ist immer weiterhin doppelt zitiert. Also für solche Sachen, das mache ich immer wieder, um das ein bisschen anzupassen. Lange Zeilen vermeide ich eher. Es gibt zwar Format Float, wo der Client, der es anzeigt, an die Textbreite anpasst, aber nicht jeder Client hat das. Und wenn man sich ein Mailarchiv anschaut, dann sieht man manchmal, also die Leute, die einen Absatz in einer Zeile schreiben, ja, die ist dann lang. Und da muss man mit dem Browser einen Kilometer weiter rausgehen, um das alles zu lesen und für den nächsten Absatz muss man wieder zurückgehen. Und das finde ich fürchterlich. Also ich stehe auf eher, mach es nicht so breit, es soll in eine Terminalbreite passen, auch noch zitierbar sein, ohne dass es erzwungen wird zum Umbrechen, also bleibe ich bei etwa 70 oder so als Zeitlänge. Ja, für den Fall, genau, liebe Grüße, schreibe ich immer noch raus, keine Abkürzung. Aber falls ich meinen Namen vergesse, dann schreibe ich mein Name hin und das ist eine Abkürzung und dann steht er da, wie gut, dass ich es weiß. Und dann gibt es so verschiedene Sachen, wie ich möchte da gerne was ranhängen und dann weiß ich, dass in einer Datei, Signature-Datei, OCG für heute, da habe ich Sachen hineingepackt, genau, da ist sie. Dann spalte ich das mal an der Stelle von dem Bildschirm her und dann habe ich im unteren Teil das, was ich brauche. Und dann brauche ich hier eigentlich nur diesen ersten Absatz, den habe ich jetzt markiert und rechts unten steht, dass da zehn Zeilen markiert sind. Dann brauche ich es nur noch kopieren, dann mache ich das Fenster zu und dann paste ich das da hinein und schon habe ich meine Signature dran. So. Und wenn ich nicht mehr weiß, welche Signature ich brauche, dann gibt es eine kleine Abkürzung, die, und jetzt kommt dieses Filtering an die Sache, ich lese ein mit einem Read-Kommando und rufe eine Shell auf und die ruft wieder was auf und die Ausgabe, die dabei rauskommt, wird hier an dieser Stelle eingelesen. Und ich brauche eigentlich nur ein Stichwort geben. Jetzt muss man ein gutes Stichwort haben. Nicht vorbereitet. Moment. Ich gucke einfach mal nach. Schon wieder ein Ding. Achso. Da bin ich rausgegangen. Da läuft noch mein... Ach, ich bin ganz rausgegangen. Na gut. Okay. So was. Also, nochmal so lesen. Ah, da habe ich gerade nochmal mit Diff-Sachen rumgespielt und da weiß ich, da gibt es dieses Wort Differences. Das ist das, was ich jetzt hier mal nachschaue. Und wo war ich gerade? Ich war bei meinem E-Mail-Dingens. Genau. Differences. Das ist mein Stichwort, das gefunden werden soll. Und der ganze Absatz, der dazwischen ist, der wird dann hingegeben. Also habe ich sozusagen diesen ganzen Absatz dort hier hinein kopiert aus einer anderen Datei. Und ja, das ist so mein Stichwort-Sucher. Und wenn ich jetzt mehr habe, wie zum Beispiel, wenn ich suche nach Nano, mit dem ich auch ab und zu rumspiele, dann kommen hier mehrere solche Sachen. Und das sind viele Texte. Und manchmal brauche ich eben nur einen Teil davon. Und dann nehme ich mir den heraus, wie gesagt, und kopiere den und mache ein Undo. Kurei für Undo. Der ganze Mist, den ich da eingefügt habe, ist weg. Und dann brauche ich nur meinen Paste für das, was ich mir gemerkt habe, um das auch einzufügen. Und dann, wie gesagt, die Abkürzungsgeschichte habe ich gerade gezeigt. Aber vielleicht noch mal ganz kurz hingeben. Die Donaudamtschiff, Herzkapitän und so weiter noch mal hineinfügen. Und dann ist das ungefähr gut. Und wie man sieht, bei meiner E-Mail, den habe ich komplett auch den Header mit im Editor. Und auch dort gibt es eine Abkürzung. Nein, das Textpad will was anderes von mir. So. Eine Abkürzung, die am Subject was ändert. Und ihr kennt das vielleicht, wenn man am Subject was ändert, will aber das alte behalten, dann macht man aus dem Re am Anfang ein Was, klammert das Ganze ein und schreibt dann das neue davor. Und damit man diese Änderungen nicht alle mal per Hand machen muss, gibt es halt was Geschicktes. Und dann macht es das. Und dann gibt es ein neues Subject hier. So. Hm. Ein bisschen vertippt dabei. Aber solche Sachen, also ich kann damit auch schnelle Änderungen am Header machen. Ja. Dinge wie, ich möchte was schicken. Genau. Der Mann hinter der Kamera. Ja. Habe ich einen Nachnamen dafür. Wenn ich jetzt sozusagen aus dem Editor rausgehe, kommt das Mail-Programm und schaut sich den Header nochmal an. Und hier da, in der To-Zeile ist die Abkürzung expandiert worden. Und wenn ich wieder zurückgehe in den Editor, dann bleibt die Änderung natürlich auch da stehen. Ist weiterhin noch dort. Also, was will ich mir sagen? Beim Bearbeiten von E-Mail, mit einem richtigen Text-Editor-Programm, kann man viel Zeugs machen. Und, ähm, ja. Ich benutze es halt tagtäglich. Einfach, das sind einfache, kleine Dinge im Film selbst, die das machen. Aber natürlich kann man sich alles ein bisschen abkürzen, so wie man es haben mag. Auch natürlich solche Dinge wie, oh, dieser aktuelle Absatz, egal wo ich da mittendrin stehe, bitte einmal einrücken. Und naja, wenn ich es nicht mag, mache ich einen Ando. So, genau. Also, es gibt viele Kleinigkeiten an dieser Stelle, die ich daher zeigen kann noch. Aber im Wesentlichen heißt es immer Vim. Und the Power ist eben an dem Number Prefix, das ist in dem Modi, das ist in dem Kombination von Laufen und Löschen oder Kopieren. Und dann noch in vielen weiteren lustigen Kommandos, die es da eben gibt. Ja, aber wie immer, wenn wir was jetzt schreiben werden und wir benutzen den Vim als Editor, dann sollte man sich daran erinnern, wir können Dinge wiederverwenden. Ja, und das war genau der Ziel der ganzen Geschichte heute. Ja. Das war ein gutes Schlusswort schon. Muss ich jetzt aufhören? Gibt es noch eine Frage? Da war vorhin noch irgendwas und ich habe es, glaube ich, vergessen. Andoidu. Expandieren, von wem? Ach, Abkürzung, genau. Wie macht man eine Abkürzung? Ganz einfach, machen wir mal wieder ein neues Dingsblatt, damit wir nicht so viel Zeug sehen. Also, man sagt AB, Abkürzung, Abbreviation. Und dann wählt man sich ein Wort. Ein Wort nenne ich das jetzt mal. Und dann, die Expansion dahinter kann natürlich meistens etwas, was länger ist. Ups, ich habe, dieses, das geht mir, Textbild, dieses Dings geht mir auf den Keks. Ja, dummerweise mit dem Einwählen hier dauert ein bisschen lange. Das ist ein bisschen komisch. Normalerweise geht es viel schneller. Aber der Hit ist... Berlin ist weit. Berlin ist weit, genau. Aber an sich, der Hit ist natürlich, es läuft weiter. Also, ich habe hier nichts abgebrochen und ich kann einfach weitermachen. So. Ein Wort, und dahinter, die Expansion kann sein, ein langer Satz mit irgendwas. Damit habe ich es definiert. Wenn ich es jetzt eingebe, ein Wort und das Wort auch beende, dann wird das expandiert. Und das Nette ist, dass man in solch eine Expansion noch andere Dinge einbauen kann. Es muss also nicht nur statisches was rauskommen, sondern es kann auch eine Funktion da hineingeklemmt werden. Und wenn ich zum Beispiel dddd schreibe, dann kriege ich das aktuelle Datum in der ISO-Schreibweise. Ja, ich kann auch sowas schreiben, oder ich habe mir Worte abgekürzt und nur mit Y beginnend, weil das eben nicht so oft vorkommt. Und Y-Time geht dann auf die aktuelle Uhrzeit. Ja, oder Y-Date, in groß geschrieben, geht auf das aktuelle Datum in der langen Schreibweise mit Dingens, Zeitzonen. Wie mache ich diese? Vielen Dank für diese Frage. So, genau. Also, Y-Date geht mir das mal aus. Da unten wird das gemacht. Da haben wir wieder das Ctrl-R, was wir vorhin vom reinziehen. Achso, ich habe es vielleicht gar nicht erwähnt. Im Insert-Modus Ctrl-R zieht etwas hinein, aber dann aus einem Register. Und das Register ist in diesem Fall ein Gleichheitszeichen. Das Gleichheitszeichen steht für Evaluation einer Funktion. Und die wird hier aufgerufen. Das ist die sogenannte String-F-Time, die es so in jeder C-Lib gibt. Und diese Sonder-Percent-Dinger sind die Teile, die da angegeben werden. Und am Ende brauchen wir natürlich noch ein Enter, ein Carriage-Return, das das abschickt. Dann geht das sozusagen in die Funktion. Die Funktion macht was draus und das Ergebnis davon wird hineingeschrieben. Das ist eine Vim-interne Funktion. Das ist eine Vim-interne Funktion, ja. Aber beruht auf der String-F-Time aus den C-Libraries und so weiter und so weiter. Genau. Hat auch eine eigene Man-Page. Ja. Und da steht dann so jede Menge Zeug drin. Also viele, viele Programme verändern das, ja. Und es hat viele, viele extra Specials. Also es gibt eine ganze Menge davon. Aber es war immer so ein kleiner Newsnet-Flame-War, kann man es gar nicht nennen, aber jemand sagte mir, ja, den Vim-Ding ist da, das ist nicht so gut. Ich habe ja ein Word und ein Word, da kann ich meinen aktuellen Datum und Uhrzeit einfügen lassen und deswegen ist das besser. Und sobald das auf einmal im Vim drin war, glaube ich, im Vim 3 noch irgendwie, habe ich gesagt, okay, schau dir das an. Und jetzt? Ja. Okay, kann es halt auch. Ja, und es gab auch immer wieder Leute, die einen eigenen Editor geschrieben haben. Natürlich mit den üblichen läuft nur auf diesem Betriebssystem und den Libraries und bla, aber kann halt so viel besser. Und dann hat jemand einen verkauft, seinen Editor, und gesagt, ja, also das Ding hat 5 Undos per Default und dann hört es auf. Aber du kannst 10 weitere für einen Dollar kaufen pro Jahr. Und dann habe ich mir gedacht, so, spinnen die alle. Und dann, naja, worauf ich hinweisen musste, war Undo-Levels, diese Option, ja, und die stand damals noch, da gab es noch nicht so viel Rahmen, liebe Kinder, stand es auf 100, um safe zu sein, ja, aber letztendlich brauche ich nur das Ding aufrufen und dann tue ich eine Null hinzu und dann ist gut, dann habe ich 1000 Undos kostenlos, forever. Auch nie wieder was davon gehört, von diesem Editor, der da verkauft wurde. Ja, natürlich kann man sagen, okay, du hast das Geschäftsmodell ruiniert, aber es war ja eh da, also wer immer darauf hinweist, wem hat das, ja, und das ist schon klasse, also schon sehr super, dass das einfach existiert. An dieser Stelle auch mit dem Dings Anzeigen, ich musste einfach mal darauf hinweisen, dieses Set-Kommando ist echt umfangreich, wenn ich also ein Number habe, ja, dann kann ich das, kann ich die Zeilnummern anschalten, okay, das ist Standard-VI, auch Standard-VI ist eigentlich, ich mache ein Ausrufezeichen hinter dem Namen, das toggelt das, was an ist, wird aus und umgekehrt, piff, und natürlich, das verwende ich, um an und auszuschalten, aber ich will nicht so viel tippen, also tippe ich eigentlich Komma N und das ist ein Mapping-Command, das ist wie Abkürzung, nur für Kommandos, das Map-Command, wenn ich da nichts dran definiere jetzt das Neues, zeigt mir an, was das macht, ja, und was mit Komma N beginnt, da gibt es noch ein paar andere, aber Komma N, ja, nimmt also diesen Set-Befehl und das NU, das ist die Kurzversion davon, mit dem Ausrufezeichen und das, naja, wechselt das, schalte an und aus, gehe hin und her, also dasselbe zum An- und Ausschalten, Komma N, anschalten, Komma N, ausschalten, genau, und noch eine, das ist noch eine wichtige Eigenschaft, und nicht nur Abkürzungen im Text machen können, sondern eben Kommandos abkürzen, durch was anderes, aber auch eine Chain, eine ganze Kommando, Kette abkürzen können, also hier nennt man es Mapping, woanders heißt es Binding, oder was auch immer, aber im Wesentlichen ist es das, und das sind die Programme, die man sich anschauen soll, das braucht natürlich mehr Zeit, um da reinzukommen, aber wenn man das Prinzip ja einmal kapiert hat, ich mache mir eine Abkürzung, oder ich mache mir einen Befehls-Chain, oder ich mache mir eine Funktion, dann hat man eigentlich schon gewonnen, und der letztendliche Hilt ist natürlich immer dann, wenn solch ein Programm portiert ist, also der Wim rennt eigentlich auf allem, und ja, E-Mix auch, immer alles gut, alles gut, und um den Streit mal abzukürzen, whatever gets the job done, also am Ende des Tages, und nachdem die Arbeit erledigt ist, haben wir einen geänderten Text, aber welches Tool verwendet wurde, ist eigentlich wurscht, jeder soll das verwenden, was er gerne mag, und es gibt positive Sachen in beider Welt, und eigentlich kann man immer noch sagen, am besten ist es, man schaut sich beide Editoren, beide Welten mal an, dann hat man die anderen schon fast alle miterledigt, und bei Betriebssystemen ist es aber auch ähnlich, also Windows, Linux, Macintosh, alle drei anschauen, dann hat man ein gutes Übersichtfeld, und man kann auch Konzepte leichter verstehen, wenn man sieht, das sieht ein bisschen anders aus, andere Button, andere Stelle, andere Befehlsabkürzungen, aber das Prinzip ist dasselbe, wie ein Dateisystem zum Beispiel, dass das hierarchisch ist, dass das wie ein Baum aufgebaut ist, und wie man den Baum darstellt, ist nachher letztendlich wurscht, man muss nur das Prinzip verstanden haben, war das ja so ein Schlusswort, soll ich jetzt aufhören? Dann danke für euch fürs Zuhören, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.